Wir haben die rotierende Schulter in meinem Vorhand, ne? Vorhand-Ellokation auch, Augenbreit. Und das Problem ist, geht hier das festhalten so. Und dann trainieren wir noch die Koordination von linken Ellbogen und rechten Ellbogen, dass im Moment des Schlages hier die zwei Ellbogen zusammengehen. Und da habe ich eine Übung erfunden, die geht ja hoch, hoch, hoch. Übergabe. Und hoch und in dem Moment eine Schleife, da seht ihr noch. Okay. So. Und hoch. Und hoch und hoch. In hoch. In hoch. In hoch. In hoch. Okay. Das war's für heute.